Erwachsenwerden Jedes Jahr wird bei Millionen und Abermillionen von Menschen Erwachsenwerden diagnostiziert. Dieser Mann leidet an Erwachsenwerden. Wie viele Betroffene muss er tagsüber einem Job nachgehen, damit er sich abends einen Schlafplatz leisten kann. Hinzu kommt Hausarbeit. Ständig müssen Dinge erledigt werden. Wenn man eins geschafft hat, steht schon das nächste auf dem Plan. Immer weiter geht der endlose Kampf der Erwachsenen gegen Pflichten. Falls wir uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen können, dann nur deshalb, weil wir wissen, er muss nicht staubsaugen. So war es immer. Manchmal schien es, es würde für immer so bleiben. So ist es. Bis jetzt. Mit der Hilfe von Erwachsenwerden für Anfänger lernen betroffene Menschen, dass ihr Leben anders sein kann. Es zeigt den Leidenden, wie die Welt der Verantwortlichkeiten im Groben funktioniert und wie man davor fliehen, sie vermeiden und ignorieren kann. Älter werden muss nicht kompliziert und schwierig sein. Alle Symptome des Erwachsenwerdens werden nachhaltig verbessert durch eine reguläre Behandlung mit absurder Rebellion, Zeitverschwendung bis zur kompletten Verweigerung. Mit unserer Hilfe können mehr und mehr Menschen dem Erwachsenwerden entkommen und ihre leichtsinnigen, unbeschwerten, kindlichen Persönlichkeiten bleiben intakt. Erwachsenwerden ist durch die Generationen vererbt worden. Aber wir können diesen Kreislauf durchbrechen. Dies ist jetzt unsere Chance, dieses Problem zu behandeln und letztendlich vollständig einzudämmen. Lernen Sie jetzt die besten Tipps und Tricks in Erwachsenwerden für Anfänger. Lernen Sie jetzt die besten Tipps und Tricks in Erwachsenwerden an Anfänger und also Denglish for better knowers has asked me if I want to collaborate with him on this because he produced a video and just looked for a host and I said well I'm gonna have a look and if it's cool if it's helpful to my viewers I will upload and publish it so that's what I have done since I think it's a great video and it also teaches you German so I hope you liked it as much as I did and if you are looking for a host for your video definitely send me a private message I would appreciate that and if you want to buy Denglish for better knowers or Erwachsenwerden für Anfänger check out the links in the video description. Apart from that thank you very much for watching don't forget to get Germanized goodbye and auf wiedersehen. Thank you very much. Vielen Dank.